Einen wunderschönen guten Hallo meine lieben kleinen Unfähigen hier auf YouTube. Nein, das heißt Feuerio. Ach ne, Feuerio zusammen! Feuerio! Einen wunderschönen Feuerio meine lieben kleinen Unfähigen hier auf YouTube. Ja, das ist schon besser. Erstmal so anfangen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge SkyQuest zusammen mit dem Baluiii und dem Öli. Nein, Öli ist nicht so ju ju ju, Öli ist nur so meh. Ich find Öli schon so ziemlich uiuiuiui. Ja, okay, das uiuiuiuiui, ist doch angebrannt. Ich mag Öli am liebsten in Senfsoße. Hallo. Was denn, du bist lecker? Bin ich zum Essen da. Hast du schon mal an mir geleckt? Nein, hast du nicht. Eh, ich schon. Du warst abgeriegelt von Securities. Ja. Durfte man ihn nicht lecken auf der Gänse. Ohne Witz, die haben mich die ganze Zeit vertrieben. Was, du durfst nicht zu ihm hin? Nein, die haben mich die ganze Zeit vertrieben. Das ist aber nicht nett von dir. Das konnte ich nicht. Ich habe da auch nicht mitgekriegt. Ich habe nicht mitgekriegt. Hinter mir habe ich auch nichts mitgekriegt. Ja. Schäm dich. Irgendwo habe ich mich nicht erzählt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. So, wir sind dabei. Wir sind hier dabei. Das ist prima. Ein ME-System zu basteln. Der Eintritt ist da dran. Ich bin gerade dabei, hier automatisch die Erde zu verarbeiten. Ja, und ich bin zu dumm für Mathe. Mit dem Automatic Hammer Roll. Ja, ich habe gesagt, ich brauche jetzt viermal fünf Flöcke. Aber ist jetzt dieser scheiß Stone Generator da oben drauf? Weil ich den Stone Generator gerade für effiziente Energieversorgung benötige. Ich war dabei, Energy Cable zu basteln. Genau. Sobald wir haben, kannst du den Stone Generator auch gerne irgendwo in Tebukto hinstellen, solange er Energie zu mir trägt. Ja, dann bastel ihn weg. Was? Ich brauche den gerade. So, zwölf Retnet Cable, zack. Du kannst ihn ja auch da den Anschluss ein. Brauchen wir die Sachen wirklich noch hier? Nein, wenn der Stone Generator jetzt langsam geupgradet wird, dann brauchen wir ihn nicht mehr. Mach einfach aus dem Stone Generator einen Diamond Generator, wenn das alles da verhältst. Da brauchen wir halt ein bisschen Redstone für. Das ist ja early aber gerade am Anfang, deswegen. Das müsste gehen. Was haben wir denn hier? Eine R-R-Winch? Uh, eine Arr-Arr-Arr-Arr-Arr-Arr-Arr-Arr-Arr-Arr-Arr. Arr-Arr-Arr-Arr-Arr. ja die neuen gold die ich gerade weggepackt habe ich packe jetzt karamell in unser system wenn jemand süßes will nimmt das ruhig süßes ich habe karamell aus zucker gemacht der automatic hammer und keine energie an warum wahrscheinlich weil er gerade zu wenig energie bekommt oder was machst du denn gerade hat immer er was zu viel energie der automatic hammer ist keine energie wo steht der automatik hat die upgrade mit lang und es kann sehr gut sein dass der automatik die sind manchmal verpackt der nimmt energie an leg mal was rein was was er verarbeiten kann lege mal was rein nicht mal ein kopf rein ich habe nicht doch doch der nimmt die energiekabel normal an müsste er eigentlich nehmen nach mir ganz kurz ja nur die airlines jemand hebt ab nein er nimmt die energie haben das gute solche merken die clockwork engine die funktioniert bei dem ding ich habe ich habe ich habe ernsthaft damit gerechnet dadurch dass mein kopf da drüber hängt dass das meine ach scheiß drauf benutzt die clockwork engine für den automatic hammer der verbraucht pro tic 6 rf das ist nichts das ist richtig aber sobald er upgrades drin hat verbraucht er mehr die kennt keine upgrades das kann gut sein darf ich jetzt machen aber ich muss gerade das ketten machen bin ich okay da die zwei sachen um items zu transportieren von aller b ich mir reichen mein kart oder ein auto ich habe meine beine dafür von links nach rechts ins inventar packen was hast du denn gedacht nein automatisch man item dukt ich brauche das anzernode nein ich brauche dir direkt die richtigen duktze ja siehst du ich verstehe den nicht sind und lief brauche ich dafür dafür brauchen wir die kalkulation prozessor genau wir sind aber auch noch nicht nur ein bisschen ich brauche sie heißt das ding noch mal harte conduit jedoch und wie heißt es noch mal servo 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 haben wir sand natürlich haben wir glas katze ich brauche sand glas wo ist glas wie du brauchst glas ich brauche glas dringend du brauchst glas ja woher haben wir 64 woher haben wir ein stack block of iron ich gebe dir die hälfte weil ich die ganze zeit die sachen durchgefahren habe early ich war ohne ungelogen auf dem server und habe die ganze zeit über sachen gefahren also habe die ganze zeit hier die maschinen gewartet und so damit die durch produzieren wir wollten doch ja was denn ich bin doch eine katze weißt du wenn wir uns was in den kopf gesetzt haben dann sind wir meistens katzen ich brauche noch zwei glowstone wer hat das ganze kloster ich nicht ich hallo ich weiß nicht ich brauche ich brauche das warte aber ich brauche zwei glowstone das zwei nur ja komm her ja ich hab dir ja ich hab dir glas gegeben ja ja tausch ist das ok ja tausch ist das ok ja ja ein redstone wo kommen die löcher her oh altes ist es passiert ist gerade ein baum in mir gewachsen ist er schon wieder und nicht die flerum oh man ich hab da flerum ge- weil ich mein inventar ist voll und ich hab keinen bock mehr auf ein volles inventar und deswegen werfe ich jetzt einfach mein tolles will jetzt weiß ich auch warum das nicht geklappt hat bei mir Quarzglas ausgegangen ist aber jetzt weiß ich ja auch warum das nicht geklappt hat wenn mir Quarzglas ausgegangen ist sehr geil aus hier so mitten wo die Ausmüpfung einfach irgendwo zumspiel das genau so bin mirr vorgestellt so ohne redstone guck mal hier wirklich dann sieht man doch dass da ein mega altar hinter steckt oder guck mal was das denn hier karamell was soll ich karamell ich habe wir waren jetzt die ersten automatisiert richtung in mann und da habe ich ein t3 alter wo seit stadt wenn das so weitergeht dann schiff ich auf dem boden leute ohne witz mein inventar ist so überfüllt ich krieg das nicht hin es ist schlimm ich schmeiß gerade alles irgendwo hin weil sobald es im system da ist haben wir das problem mit dem zeug nicht mehr aber bis das im system dahin haben wir das problem mit dem zeug noch haben wir gold ein bisschen war es nur elf blocs nicht mehr der auge packt das kann sein dass der energy braucht aber das reicht normalerweise wenn du dem auch eine clockwork engine hinten dran sitzt er kriegt jetzt energie der kriegt jetzt energie reicht das was wir jetzt momentan haben schon ich brauche glaube ich auch noch dafür brauche ich ein pio certus quarts und fluix dass du gott die das muss ich noch machen aber warum nimmt mir die ganzen sache keine erf an die nehmen mehr erf an nein kommt rein die rednet cave nimmt er alle nicht an kommt rein ihr kackviecher verstehe ich nicht ja warum baust du nicht die die ich dir gesagt habe ich weiß nicht warum mir einen blöden rednet kabel braucht weil altes gesagt hat das geht ja karte hat auch keine ahnung was brauche ich denn jetzt dafür alte anscheinend habe ich keine ahnung weiß nicht welche kabel brauchst das was ich gesagt habe ist das dein erstes ja was für kabel hast du denn gesagt du solltest bei louis treten der wald ist eine lösung du brauchst noch warte warte alles gemütlich alles gemüse lockst du meinst du nein ja nein warte nein ich will nicht diesen kraft wo kann der crafting table zurückgewandelt werden nur zu einer crafting station wir werden jetzt sehen ob er passt oder nicht funktionierst du oder bist du böse du funktionierst nicht du bist darauf gewandt wie sie denn hat mir einfach kabel ja die heißen kabel ja warte 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 oder meinst du fluchstuck nein weil das scheiße wie heißt denn das modpack wo die ganzen maschinen drin sind ähm thermal expansion ja dann gibt es noch mal ein daher die heißen fluchstuck du musst die leadstone fluchstuck bauen oder die nee ich habe überall die hardnet fluchstuck verbaut die redstone in war hardnet fluchstuck nicht vergessen klar das ist zu schwach redstone lead und wollen wir in war in so die hardnet bauen wir so perfekt kommen sie ran hier ihr kacken mobs ich brauche mehr blut ich habe ein crafting table dabei wo ist denn da die logik ist der stone generator so hallo danke für den crafting table ich stelle ihn einfach hier hin du musst wahrscheinlich da irgendwo eine spinne sitzen die mir wichtig ich habe ich das mal von hier unten wie wir es damals schon gemacht haben hallo 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 ja jetzt im obbäbi gambi zogen wenn er mich einmal schlägt wenn ich tot ich kann gerade nicht ich bin hier gerade mega gefährlich der bau ist der hier irgendwie bei mir ich fand den knuffig der wollte mit ihr knuddeln der war da ein freundlicher zombie mensch das doch lieb und richtig freundlicher zombie mensch warum funktionieren denn diese scheiß transport bänder so kacke kommt ihr jetzt mal ran ihr mobs sind es die conveyor belts von mine factory ja ich weiß nicht auf jeden fall aber ja das sind die conveyor belts es gibt von extra utilities die anderen conveyor belts ja auch mal gecraftet gehabt diese eckigen ja diese eckigen die ersten kompletter block sind die ich die habe mich mit denen habe ich eine sehr gute erfahrung bei mir in einem anderen projekt gemacht ja unsere mob falle funktioniert wunderbar damit ich denke mich wieso denkst du den den drei jahren drei jahren drei jahren drei jahren drei jahren zack 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 wunderschön das kann natürlich jetzt kein mut mehr okay das ein problem ein kleines großes problem das kommt dahin das kommt dahin und das kommt dahin bedeutet wir brauchen das jetzt jetzt habe ich eine clockwork engine wieder im inventar brutal weißt du ich entleere mich in alle richtungen und es kommt halt trotzdem zurück wie ein bummerang unglaublich da ist brauchen wir haben man jetzt noch eine rete auch energie geben du meinst du hast er speichert als speicherzelle fungiert ja das ist mir nicht geläufig dass das funktionieren würde also war da eben auch an der clockwork engine angeschlossen nein den kannst du mit dingen den lädst du mit dingen warum stand er denn da wo er stand weil ich ihn dahingestellt habe weil er dort mehr energie ausgegeben hat die ich gebraucht habe für den moment für den inscriber haben wir schon blaze wir haben blaze powder damit kannst du theoretisch eine blaze rot machen hat sie hat ein katze hat einen diamond generator aber nicht für das was ihr denkt sondern für unser neues funktionieren das me system sobald ich da drin jetzt dass das mal sagen ich da aus dem blaze rot krieg nie was denn das ganze blatt wird das habe ich gelöscht wie das hast du ich habe doch extra gesagt dass wir das noch brauchen werden jetzt werfe ich halt hier erst mal ins deck rein und beglückwünsche damit unseren lieben kleinem me system seine geburt warum tust du nicht das was du tun soll alles gerade das ist kein input auf der batterie warte doch er braucht ja direkt wieder das funktionierter baui gibt der das nicht nach unten und beim ende haben es da kriegt energie das dann das ding hier aber kann sogar die batterie einfach da hinten hinsetzen wie ich das auch mal immer mache. Einmal aufladen und fertig? Wir haben nicht genug Energie zum Aufladen. Wir verbrauchen gerade mehr. Weil die anderen Sachen hier gerade am Aufladen sind. Ach, ihr macht mir Probleme. Jetzt produzieren wir gerade wieder mehr. Aber Kinder, es ist soweit. Ich weigere mich, dass es jetzt soweit ist, glaube ich dir nicht. Nicht? Oh. Nein. Es ergibt keinen Sinn, Menschen. Du bist eine nicht zufriedenstellende Stromquelle. Ach, das ist doch kacke hier. Oh, was der macht. Der nimmt das Holz, was hier zum Dingens da ist. Moment, wo packt denn der Generator die Sachen denn, die er generiert? Generiert. Die er hier so generiert. Das ist ein Generator. Der macht Energie. Ja. Ich dachte, der erstellt Steine. Hä, nein. Wir haben da oben den Cobblestone-Generator. Warum brauchen wir denn den Stone-Generator, der Wo ist denn der Cobblestone-Generator? Du solltest den Story-Generator auch doch schon längst abgegradet haben. Ich habe den Stone-Generator auf den Diamonds-Generator abgegradet, aber er funktioniert leider nicht. Warum nicht? Können wir den Stone-Generator nicht mal woanders hinbasteln? Deswegen baller ich ihn jetzt hier hin. Können wir den Stone-Generator nicht mal woanders hinbasteln? Hast du mal eine Gießkarte für mich, Katze? Die liegt in der Kiste. Die liegt in deiner Traumkraft-Kriste. Komm, Traum-Traum-Tänzer-Kiste, okay. Ja. Wann ist das klappt bei Netherwatts? Ich bin gespannt. Ähm, ist sehr gut möglich. Oh ja, geht's. Also ja. Bedeutet im Endeffekt, kann das sein, dass wir die Aufnahme noch beenden müssen? Ja, ich warte nur drauf. Achso, ich bin derjenige, der abmoderieren muss, gell? In der Tat. Ja. Das macht mich jetzt irgendwie traurig. Oh, nicht weinen. Du hast das ME-System heute nicht bei dir. Der Server laggt. Ich habe das ME-System geschafft, nur leider will der keine Energie annehmen. Das ist das Problem, Da musst du auch die Flux-Duct nehmen. Nein, der Entity-Acceptor will die gar nicht haben. Flux-Duct funktionieren. Du hast die bestimmt nicht richtig, äh, die richtige Frage. Wenn du das sagst, dann klau ich mir jetzt hier irgendwo ein Flux-Duct. Ja, mach mal. Oh. Hab's kaputt gemacht. Double-Stone weg. Habe ich sonst noch was dabei? Ja, da war das. Wo ist denn überhaupt deine Stromversorgung? Drunter oder was? Nein, die war daneben gestanden, aber er hat es nicht angenommen. Deswegen habe ich den Ding da woanders hingestellt. Mach mal, mach mal, mach mal. Moment, 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 Moment. Wo ist denn jetzt das Item-Duct? Aber müssen die Folge werden. Ja, ja, sofort, sofort. Wir kriegen das hin, wir schaffen, dass 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 wir schaffen. So, jetzt hier. Also, du sagst im Endeffekt, das würde funktionieren, wenn ich das jetzt hier hinstelle. Ja, funktioniert, siehst du? Nein, es funktioniert ja noch nicht. Ja, stell deine Batterie dahin. Das ME-System ist ja noch nicht an. Ja, da muss ja jetzt. Haben wir irgendwo eine Alpokiste oder sowas? Nein. Und funktioniert immer noch. Doch, jetzt funktioniert. Ja, ich sag doch, es geht. Was ist das für eine Logik? Warum gibt der Generator das denn nicht direkt an seine Seite aus? Wir haben ein ME-System. Weißt du, das Ding kann theoretisch auch direkt da dran. Boah, du hast natürlich ein K-Festblatt, in dein Ernst. Warum hast du denn die schlechtesten gebaut? Hättest ja wenig 16k rausbauen können. 4k. Soll ich dir sagen, warum ich die hab bei Louis? Nein. Weil wir den Rest mit Drawn und im Storage Spaß machen können, ohne dabei Energie oder irgendwelche Ressourcen großartig zu verschwenden. Okay, wenn du das sagst. Ich bin gespannt, wie es funktioniert. Ja, Katze wird zeigen. Aber wir haben ein entstehendes ME-System. Dementsprechend hui. Hui. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich mache ein Screenshot für ein Thumbnail. Und dann lass doch dem Video mal eine Bewertung. Da schaut bei den anderen beiden Chaoten da in der Videobeschreibung vorbei. Und, äh, also dem Early und dem Balu. Und wir sagen Tschüss und freuen uns auf das nächste Mal, wenn ihr wieder bei SkyQuest zuguckt oder bei anderen Projekten von uns. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann.